Ja, wir sind Faradayk zum ersten Mal als junges Startup-Unternehmen auf der Sensor&Test. Was wir machen Besonderes, wir können zum ersten Mal Sensoren für Gase herstellen auf einem Microchain. Das sind elektrochemische Sensoren, wir nennen das Microelectrochemical Systems, also mikroelektronische Systeme. Sehr klein und winzig und das Besondere dabei ist, wir haben einen Elektrolyt aus einem Feststoff, der nicht austrocknet, der lange Lebensdauer hat und völlig neue Anwendungen ermöglicht. Diese neuen Anwendungen müssen wir in den Markt bringen und deshalb sind wir auf der Sensor&Test. Die Messe ist sehr gut, wir finden viele neue Kunden, die zum ersten Mal sehen, welche Möglichkeiten sich bei Ihnen eröffnen und Möglichkeiten, die wir adressieren können mit unseren neuen Sensoren.